Jörn Schlöfugt gönnt seiner Ex Hanna ihr Liebesglück. Vor wenigen Wochen verkündet der GZSZ-Star die Trennung von der Influencerin. Nach vier Jahren Ehe ist zwischen dem Traumpaar also Schluss. Inzwischen ist die Beauty aber offenbar schon wieder verliebt. Vor wenigen Tagen erwischt man sie mit niemand Geringerem als Michelle Hunzikers Ex beim Turteln. In Italien knutschen Hanna und Giovanni Angiolini sogar schon öffentlich. Zudem hinterlässt der heiße Arzt unter Hannas Beiträgen eindeutige Flirtindizien. Doch was denkt eigentlich der Ex der Bloggerin darüber? Jörn macht das überhaupt nichts. Der 36-Jährige freut sich für die Mutter seiner Tochter Delia, wie er verrät. Ich finde das gut. Ich hoffe, er kann richtig gut kochen. Ich liebe die italienische Küche. Warum sollte ich damit ein Problem haben? Ein Rosenkrieg bahnt sich zwischen den beiden also nicht an. Im Gegenteil. Denn Jörn unterstützt Hanna immer noch fleißig und liked beispielsweise ihre Social Media Beiträge.